Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. Podcast hier auf unserem YouTube-Kanal. Öfters ist es ja so, dass gewisse Zeitungen den Inhalt über ein Abo abdecken, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber es gibt gewisse Themen, die sind so interessant, dass sie eigentlich für die Allgemeinheit zugänglich gehalten werden sollen. Jetzt hatten wir hier auch einen Artikel von der MOZ, das ist die Märkische Online-Zeitung. Ja, der ist vom 27. November 2021, also ganz frisch, druckfrisch würde man sagen. Und das ist ein Artikel von Dietrich Schröder. Da wie gesagt hier ein Abo Pflicht ist, habe ich so einen vier Wochen Testzeitraum abgeschlossen, extra für euch. Und ihr könnt mir einfach lauschen, ich lese euch diesen Artikel vor, der mit der Überschrift beginnt. Ich lese den Artikel mit euch zusammen auch das erste Mal und unter der Überschrift gibt es noch eine kleine Einleitung. Und zwar heißt die, während in Deutschland über einen Lockdown diskutiert und Weihnachtsmärkte geschlossen wurden, erscheint das Leben in Polen fast wie normal. Doch welche Regeln gelten in Swubice auf den Bazar? Ich glaube, das heißt auf dem Bazar. Gut, fast wie normal trifft es auch, denn eigentlich normal. Und dann würde ich sagen, legen wir los und ich spare mir dann meine Einwände. Und ihr könnt euch sozusagen eine eigene Meinung bilden. Die beiden Ehepaare aus Klein-Machno sind sich einig. Das Schnitzel mit Blumenkohl schmeckt wie bei Muttern. Und so preiswert. Der freitägliche Ausflug an den Grenzbazar von Swubice, der polnischen Nachbarstadt von Frankfurt, oder hat für die vier Brandenburger eine lange Tradition. Und das wollen wir einfach genießen, solange es noch möglich ist, berichten sie. Tatsächlich herrscht zwischen den Ständen, an denen außer Zigaretten, Gemüse und oft raubkopierten Filmen, Musik noch viele andere Dinge angeboten werden, ein reges Treiben. Das ist ja wie in einer anderen Welt, staunen die drei Berliner, die mit ihren Motorrädern angereist sind. Dabei befinden wir uns nur einen Steinwurf östlich der Oder. Wieder eine Zwischenüberschrift, Masken kaum, 3G-Regeln gar nicht. Allerdings, und auch das fällt einem sofort ins Auge, trägt trotz des relativen Gedränges kaum jemand eine Maske. Ganz zu schweigen von 3- oder 2G-Regeln, die von niemandem kontrolliert werden, weil es sie hier gar nicht gibt. In einem kleinen Zelt könnte man immerhin einen Corona-Test machen. Für 100 Sorte oder 25 Euro. Die Verkäufer scheinen keine Angst vor dem Virus zu haben. Ein Gefühl, das sich schnell auf die meisten Kunden überträgt. Naja, immerhin befinden wir uns ja an der frischen Luft, sagt Paweo Swaviak, der Chef der Swubitzer Händlervereinigung entschuldigend. Wir sind hier täglich draußen an unseren Ständen und deshalb auch ganz schön abgehärtet, verkündet eine in eine dicke Jacke gemummelte Pulloververkäuferin optimistisch. Gleichzeitig berichtet sie sorgenvoll, dass in dieser Woche deutlich weniger deutsche Kunden kommen als noch vergangene Woche. Weil ihre Einkünfte absolut von der Kundschaft aus dem Nachbarland abhängig sind, blicken die Händler und ihre Mitarbeiter sorgenvoll über die Oder. Hab schon im Radio gehört, dass bei euch erneut über einen Lockdown gesprochen wird, sagt der bereits erwähnte Paweo Swaviak. Tatsächlich wird auch in Polen die Corona-Lage immer kritischer. Die Regionalzeitung Gazeta Lubuska berichtete, dass es am Donnerstag allein 27 Todesfälle in der an Brandenburg grenzenden Wojewirtschaft Lubuski Lebuser Land gab. Das war der bisher tragischste Tag während der vierten Welle, schreibt das Blatt. Und das Krankenhaus in Swubitze soll ab der kommenden Woche, wie schon vor einem Jahr, in ein reines Krankenhaus für die Behandlung von Corona-Fällen verwandelt werden. Alle anderen Schwerkranken müssten dann woanders behandelt werden. Wieder eine Zwischenüberschrift Sparen an der Tankstelle. Bisher ist die Schließung der Grenz und andere Basare aber noch kein Thema. Und an diesem ersten Adventwochenende sollen auch noch mehr Weihnachtsmärkte öffnen. Vor der Rückfahrt fahren die meisten Deutschen auch noch einmal an einer der vielen Tankstellen vorbei, die aktuell mit Preisen um 1,40 Euro für Benzin oder Diesel locken. Das sind etwa 30 Cent weniger als in Deutschland. Doch spätestens beim Überqueren der Oder wird einem bewusst, dass man sich für einige Stunden irgendwie in einer anderen Realität aufgehalten hat. Das sind etwa 30 Cent weniger als in Deutschland.